ok jetzt muss man doch den sheriff im büro aus läuft aber ganz schön besoffen ja du schmackst auch ganz rum 2,5 vermille oh nein das ist so ihr Waldmops oh nein ich habe nicht aufgewacht ich wurde uns erfüllen ich habe dir einen haften Befehl gegen sie wegen des Verdachtes auf den Töpferstlitz kommt Was? Was? Oh! Äh ... Loll. Hast du Schäfer geschossen? Ich hab eigentlich auf den anderen gezielt aber ich hab wahrscheinlich wieder durch den durch geschossen. Ach so! Also ich hab gar nicht gesehen dass da noch im 2. war. Ach doll. Noch mal rumrumpelt LL LL Lüden beim Worten mit Heilungen Pferd aber ein Takedown Oh, die Augen. Ich habe nicht viel Zeit, Rooki. Das Blitz. Du musst es aufhalten. Du musst dich beeilen. Du musst dich beeilen. Die Geräte, die ausmahl. Das Geräte, die mich für mich zu retten. Ich war einmal verloren, aber jetzt bin ich gefunden. Ich habe mich geholfen. Du musst nicht mehr eilen, Rookie. Los, Rookie, schalte alles ab! Weiter hoch, oder? Oben, ja. Oben. Oben, dreht mal dran. Geht doch schneller. Ja, gut. Woop! Aua! War ich zu schnell. Hier oben. Ist ja. Jo. Fangen wir ab. Oh, das blöde schickte Knarre nehmen wir. Ja. Ups. Ich hab ihn verloren. Super! Ja. 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 das gibt es da gar nicht genau der schießt durch die säule das war's dann okay tut mir leid aber ich muss dann hier verschwinden aber ich sage ich meine knarre jetzt wieder hoffentlich abschaltung sämtlicher sicherheitsschlöfer tut mir leid aber ich muss von hier verschwinden wegen dem blitz kann ich nicht mehr gerade gucken nun liegt es an dir sprengt die bode in die luft abschaltung sämtlicher sicherheitsschlöfer ach der hat weiter gemacht weil wir schon alle räder durch haben wahrscheinlich ja die entlang der zentralventile abschaltung sämtlicher sicherheitsschlöfer ich bin schon geschlosser holen wauw wauw die zentralventile abschaltung sämtlicher sicherheitsschlöfer wauw 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 Abschaltung der Zentralventile! Abschaltung sämtlicher Sicherheitsschlösser! Warnung! Die Verlust der Zentralventile! Ich schieße auf! So beziehen kann ich da oder sowas! Wir müssen doch eigentlich alles zerstören! Sniper da oben! Oh Gott! warme unterm hut kannst du auf dem das war es der rohi die luft wird klarer ich kann wieder denken das klingt als würde ich alles in die luft fliegen ich suche nach überlebenden und treffe dich da draußen mach die tür auf das schieße ich schon och mann Was? Reicht, reicht, reicht! Ich habe dich! Ja, das ist ein Schuss. Ja, das ist ein Schuss. Sofort zu der Evakuierung! Ich kriege den Arm! Ja? Okay. Ehh... Wow! Puh! Ah, das war sportlich! Spontanes Feuerwerk! Ja, natürlich! Zehn Raketen in jeder Tasche! So, machen wir erstmal Feierabend heute, oder? Oh, ist schon wieder viereinhalb Stunden? Gott! Erst muss ne'n Chunky abliefern! Ja! Der atmet aber schwer! Du siehst scheiße aus! Ja, so fühle ich mich auch! Brauchst du Hilfe, um reinzukommen? Gott nein, das geht schon! Hätte nicht gedacht, dass du das schaffst! Du hast heute ne Menge Leute gerettet! Vergiss das nicht! Hey! Kannst du mir helfen? Ich muss los! Weißt du, es gab einen Moment, kurz bevor du ankamst! Ich verlor die Hoffnung, ich sah einfach keinen Ausweg! Aber du warst stark! Und viele gute Menschen sind gestorben, aber wir alle hier, wir leben noch dank dir! Und ich bin verdammt stolz auf dich! Und jetzt geh und finde diesen gottverdammten Joseph Seed! Bring ihn vor Gericht, oder? Unter die Erde! Das ist dein Befehl, Deputy! Ein Siegel ward geöffnet! Meine Faith! Meine Faith! Sie war nicht die Erste, die diesen Namen trug, aber sie war die Hingebungsvollste! Als sie zu mir kam, war sie wie viele von euch! Gebrochen! Verloren! Ich habe an sie geglaubt! Und sie wurde engelsgleich! Perfekt! Und die Sünde haben sie uns weggenommen! Es ist der Glaube, der uns zusammenhält! Ohne sind wir verloren! Also verlieren wir nie den Glauben! Und jene, die uns Böses wollen, werden leiden! Oh! Oh! Jo! 4.000! Wow! Ok! D2 Sündenfresser in Läden! Ich weiß nicht! Um 11. Boomeran der Löckchen, Schüler! Wenn du an den Laden vorbeikommst, guck mal rein! Es gibt ein paar neue Spielzeuge für dich! Das will ich noch sehen, was es jetzt für neue Spielzüge gibt. Und dann ist es für mich halt Schluss. Faith ist erledigt! Der Henbing River wurde befreit! Und da John ebenfalls tot ist, bleibt... Danke, Dad. Was habt ihr denn Schickes? Ich würde mich nicht mehr sagen. Traffeln. Nö. Nur noch Jacob im Norden übrig. An die Arbeit! Keine Waffen, die noch... Was sind das für Dinger eigentlich? Super AK-47. Es wurde gerade eingeblendet, dass dieser D2-Sündenfresser freigeschaltet ist. Was für eine Waffe es so ist. Stimmt ein Prestige-Ding, ne? Das hier ist so eine abgesägte Schrotflinte. Äh... Wo genau soll das sein? Das hier? Ne. Nachkampfwaffen ist es bestimmt nicht. Warte mal! Das ist ja ne... Das ist ja ne... Eine Schrotflinte. Aber ich find's trotzdem nicht. Ne. Was wollen denn das sein, das Ding? Oder ist es doch hier? Ne, hier sind noch Flammenwerfer. Aber da wird's kaum dabei sein. Ich bin schissen. Sturmgewehre. Nicht wirklich. Hier sowieso nicht. Eigentlich ist dieser D2-Sündenfass eine Schrotflinte. Aber... Finde ich nicht. Äh... Finde ich auch nicht. Äh... Spaß. Das ist ja ne... AC, okay. I-T-L-Royer. Ah, Moment mal. Warte mal. Ah! Ah! Handfeuerwaffen. Also äh... Pistolen. Ganz unten. D2-Sünder. Also... Er gilt das Ding als äh... Pistole. Aber hast natürlich immer nur zwei Schuss gehabt. Und dann... Äh... Muss... Muss schon nachladen. Und bei dir ist der freigeschalten? Ja, der ist äh... Verfügbar, ja. Ne, bei mir ist er gesperrt. Ich muss Fave besiegen. Ach so, das äh... Hm... Die Hostscheiße. Okay. Hm. Da ist der... Da ist der Coop ein bisschen... Ja, komisch halt. Ja. Na gut, macht ja nichts. Da ist der Klient immer so ein bisschen auch... Äh... Auch hier mit diesem vierten Waffenslot, den auch nur der Hostel kommt, gell. Ja. Ist der Klient immer so ein bisschen benachteiligt.